ich bin der bär hat vor uns angst ich krieg ich wüsste was ein bär und diese musik ändert sich immer so ein mann diese das ist die jagd und das heißt wenn jemand von wegrennt und dann gibt es halt diese der und das ist halt in diese normale musik und wir wollen wir gehen einfach mal hier hin weil die schatten sind auch sehr schön naja how to rest of sleep ja wir können auch schlafen und wir schlafen jetzt einfach mal weil das der tors sagt und zwar bis bis zur nacht weil wir sind der nacht aktiv und da umschlafen aber bis zur nacht und wenn die schöne musik wir gehen schlafen und sagen uns ja wir haben einiges erlebt sind jetzt neu sind jetzt freie wölfe und wollen unser leben neu beginnen und da wachen wir auf strecken uns ja sehr elegant und sagen wir sind bereit setzen uns aber hin stehen ein hasen und ja können auch heulen mit haar ich glaube wir können sogar die sie genau wir können auch unseren unsere ansicht ändern also wir können ganz nach drinnen suchen dann sieht es so aus können raus und ich mag also das rausholen lieber weil so sieht mal ein wenig und ja wir müssen jetzt zu Prozent bräuchte erzunehmen sie es mal dahin wir können jetzt so gehen wir können auch für das ist also genau wofür zu tun die uns mehr in mädchen in die jetzige jahre auf annau auf sie erst zu sehen schlose und das sammeln muss ich es zu lieben frau zu europäisch mit blablabla Ja, kurz gesagt, hier, äh, V habe ich schon erklärt, das heißt, wir, äh, können hier Wolfsspuren analysieren, das Gelbe sind Wolfsspuren, das heißt, diese Linie müssen wir zurückverfolgen und wenn die aufeinandertreffen, finden wir den Wolf, das Orange, äh, das Liederne sind immer, ja, äh, tote Tiere und das Orange halt die Hasen. Und, ja, äh, wie gesagt, wir müssen halt dann das verfolgen und können dann entweder, wir sehen, ein Wolf gewinnen oder nicht. Dude Female, also ein weiblicher Wolf und wir sagen einfach mal Hallo. So, oh, ich bin jetzt sehr gespannt, äh, who are looking at, ne, who are, who is, who are you looking at, ähm, I'm waiting. I want to be a boss. What? I want to be a boss. I'm boss back off. I'm boss back off. I'm boss back off. Und wir geben und ergeben uns, aber wahrscheinlich wird er uns ver- I wait, ähm, I'm not a boss. Vielleicht hilft das ja, wenn wir sagen, wie ist er nicht der Boss. Oder er wird uns dafür töten. Leave me alone. I can wait. Leave no. I'm out. Okay. Das war wohl nichts. Also, das ist sehr aggressiv, das heißt, wir müssen uns erstmal aufhören. Ah, guck mal, hier ist ein Wild. Aber wir brauchen erstmal was zu fressen. Frechheit, weißt du. Da will man sich mal mit einem Wolf, das war auch so ein weib, war ein weiblicher Wolf und der, ja, der will einfach mal sagen, der ist der Boss. Ein Sie. Ach, guck mal hier, Wild. Ja, dann müssen wir das erstmal energievoll tanken. Ja, wunderschön. So, wir gehen jetzt nochmal dahin. Die Tutorials kommen immer wieder, muss ich dazu sagen. Ja. Ich weiß, kann man die irgendwie ausmachen? Aber vielleicht kann auch was Wichtiges und ich werde, ja, du Schweine. Aber der wird uns, genau, der ist genauso, also wenn wir, wenn er ist, also Freund ist er von uns weggerannt und wenn er jetzt ist und wir kommen her, dann, genau, der wird er uns nämlich töten. So, jetzt haben wir, ich wollte das nochmal demonstrieren, jetzt müssen wir wieder uns das Ding hier holen. Aber nur, um das zu zeigen, wir können auch, wir können auch, mit Kuh können wir auch spielen. Aber wir verlieren gar keine Ausdauer, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil wir halt nicht sprinten, aber wir, nein, wir wollen, dass wir natürlich den Wolf zurück. Ja, okay, wir wissen, was es ist. Wir können auch schleifen, das finde ich ganz toll. Wir können auch ein bisschen so, das ist jetzt so richtig Speedwending. Ähm. Wir sind, äh, genau, wir sind jetzt im Wolf-Ditorium, wir drücken jetzt V und V, verfolgen die Spuren und die führen Na komm, oder sind wir falsch? Ja, wir sind falsch. Wir müssen zurück. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Sehr gut, Mensch. Oh, oh. Ja, die können wir nur jagen, mit denen passiert nicht. Wir sind bestimmt wieder, wir rennen auch wieder, ne, wir rennen nicht weg. Da ist, da ist ein Wolf. Aber ein anderer, oder? Ist das ein anderer Wolf? Das ist der gleiche. Dude, mate. Nee, nee, oh, das ist ein Mann, das ist ein anderer. Who are you looking? Ähm. I'm waiting. I want to be a boss. I want to be a boss. So. I'm boss, back off. If got... Oh, scheiße. Das war mal wieder ein, ein Fall. Ja, ich hab irgendwie schlechte Karten mit den Wölfen. Ähm, ich werd, glaub ich, zwei Folgen hier raus machen. Weil ich seh schon kommen, dass... Also, es ist schwer, da was zu finden. Also, man muss die... Man muss da irgendwie... Ich weiß es nicht. Also, es ist sehr... Ähm... Ja, wie soll man sagen? Schnauze. Wo bist du, Wolf? Ähm... So, I'm boss, back off. Scheiße. Äh. Ähm... Hallöchen. Ja, äh... Also, ja, das ist sehr nett schon hier. Yeah, guck mal, warning man. Äh, 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 äh. Oh, nee. Ich glaube, ich hab das Spiel. Oder das Spiel ist verbuggt. Ich weiß es nicht. Und wir können nicht mehr schlafen. Wir können gar nichts mehr machen. Weil der Wolf verbuggt ist. Er läuft. Hier. Das ist so ein bisschen der Michael Jackson Moonwalk hier. Ne, das ist der Moonwalk. Doch, komm, das ist der Moonwalk. Der macht voll den Moonwalk. Wie geil ist der? Ja, so zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, äh, ich glaube, das war's für die erste Folge, Freunde. Ähm, ich war dann wie lange... Wie, ich werde noch eine Folge aufnehmen und dann werde ich mal schauen, dass ich, äh, dass wir an der Stelle weitermachen. Und vielleicht, äh, mit, äh, mit einem anderen Wolf. Ich weiß, also auf jeden Fall, äh, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge so machen, dass ich zu den einzelnen Wolfen renne und mal gucke, wie wir das machen. Und dass ich mir mal schaue, weil ich möchte ja das zeigen als letzter Test. Und wenn wir hier nur festsitzen an diesem Wolf, weil die einfach, weil ich nicht weiß, wie das geht, muss man schauen. Und, ja, das heißt jetzt so, ich weiß es nicht, aber ich schaue mal, was man da machen muss, ob ich da vielleicht irgendwie mit welchen, irgendwie so mit Antworten weiterkomme. Oder, wie auch immer, weil ich muss wahrscheinlich, muss ich irgendwie drei oder zwei davon töten, wirklich, damit ich so zeigen kann, ich bin der Boss oder so, weil, ja. Egal, Sky meldet sich zurück. Klingt mir so, aber ja. Sky meldet sich zurück und zwar... Vielleicht schon am... Irgendwann, ich weiß nicht, wann diese Folge ist ja irgendwann aufgenommen. Und wir schauen mal, ich sage mal, Aligato und Sayonara.